Rund 5 Millionen Einwohner haben im Ruhrgebiet ihr Zuhause. Mehrere zusammengewachsene Großstädte bilden den Kern des dicht besiedelten Raumes. Erschlossen wird er seit über 150 Jahren von unzähligen Eisenbahnstrecken, die einst für den Kohletransport gebaut wurden. Trotz vieler Stilllegungen ist diese Region bis heute in der Eisenbahndichte unübertroffen. Wir haben für Sie in den Geschichtsbüchern geblättert, alte Filme gesichtet und in der Gegenwart den Verkehr dokumentiert. 58 Minuten Schienenverkehr im Ruhrpott sind entstanden.